Gefühle und Gedanken sind immer nur Zeichen. Du fühlst etwas, was sich gut anfühlt. Die Gedanken dazu, die passen, die bringen noch mehr Freude. Wow, heißt einfach nur, davon will ich mehr. Du denkst etwas, was sich schlecht anfühlt, was sich runterzieht. Die Gedanken, das machen dir Angst, machen dir Sorgen. Heißt einfach nur, davon will ich weniger. Gefühle, Gedanken und Emotionen sind Zeichen. Und wenn du lernst, diese Zeichen, was ich dir später zeige, zu deuten, dann wirst du umso kraftvoller und du bleibst zentriert. Du bleibst in deiner Mitte. In mentalen Kickboxen spreche ich hier von der inneren Meisterschaft, weil du es gemeistert hast, deine Gedanken, Emotionen, Gefühle anzunehmen und nicht daraus zu reagieren, sondern kraftvoll zu agieren. Reaktion bedeutet, es kommt etwas rein, ich handle automatisch. Aktion heißt, es kommt etwas rein, ich interpretiere es, ich schaue es an, ich suche mir was aus, was ich will und agiere so, wie ich es möchte. Idealerweise so, dass es meinen Wunschlebensstil, meine Identität, die ich kreieren will, unterstützt.